Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von YouTubers Live 2. Das Spiel, das mich jetzt doch so ein bisschen in den Bann gezogen hat. Wenn das bei dir auch der Fall ist, unter dem Video in der Videobeschreibung ist ein Link, damit unterstützt du meinen Kanal sehr. Darüber bekommst du das Spiel und ich sage danke, wenn du es noch nicht geholt hast und das über meinen Link machst. So, was ich kurz sagen wollte, wir sehen hier, für die Videos, die wir veröffentlicht, kriegen wir auch Münzen. Und das heißt, wir sollten auch dranbleiben und das immer wieder forcieren, dass wir mit unseren YouTube-Videos selber Geld verdienen. Da müssen wir diese Aufträge laufen und haben vielleicht dann irgendwann die Karte. So, Volleyball ist im Trend. Token, Abenteuer, die Playstation Top 10 AFK. Aber es wird bestimmt wieder irgendwas passieren. Trotzdem noch mal ganz schnell vom Volleyball ein Insta. Könntest du mal aufhören, dein Skripte Idioten verfassen zu lassen. Okay, dann machen wir erstmal ein Insta und dann gucken wir mal, welche Inspiration wir heute bekommen. So, hier einmal Strand. Aber hier spielt gerade keiner. Warum nicht? Sehr enttäuschend. Dann müssen wir warten, bis einer spielt. Warte mal, was ist ja hier. Da war noch ein Trigger. Volleyball spielen. Hm. Ich glaube, es ist besser, wenn jemand spielt. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch. Okay, das wäre jetzt wieder ein Lieferauftrag. Angry Burbs. Hole ein Paket in Spieler 1 ab und bringe es zu Adam. Ja gut. Das wäre auch leicht verdientes Geld, aber ich glaube, wir sollten schon so ein bisschen mal gucken, was war denn unser Langzeitplan. Nebenquests haben wir gar nicht offen, okay. Hole dir. 500 Münzen und kaufe ein Ticket für die Playcon. Das in der letzten Frühlingswoche stattfindet. Hm. Die Frage ist, wann ist denn die letzte Frühlingswoche? Mann. Das wäre hier so cool, wenn wir hier jetzt einfach mal, ne, Volleyball. Aber hier gibt es, gibt es denn hier so ein Circle? Gibt es vielleicht ein zweites Volleyballfeld? Ich trinke mal gerade eben einen Schluck. Was ist hier? Hafen? Nein. Ja, Strand. Easy. Mit 10. Mit 10 ist besser als mit 12, habe ich gehört. Baut die auch Hunde? Also gucken, was auf Insta abgeht. Frühling. Die Freundin der Cousine des besten Freundes meiner Klassenkarte sagt, dass ich Job 10 auf keinen, als hier das Rathaus gesehen wurde. Rathaus. Okay. Wir können auch ein Let's Play machen, ne, aber... Dann lass es doch mal zum Rathaus laufen. Das Rathaus war nochmal... Wo? Ich glaube, in der Altstadt, ne? Also hier sieht nichts nach Rathaus aus. Ich glaube, das war hier oben das. In dem Bezirk. Weiß ich nur nicht, ob wir da hochkommen. Ich habe immer noch so eine dämliche Maske auf. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Was ist hier? Hafen, ey. Wieso denn Hafen? Ja, aber dann hätten wir es auch schon, ne? Wenn wir das Video hochladen, haben wir die Münzen. Ist ja doch gar nicht so schwierig. Hier geht jetzt ein bisschen Schiss vor. Hier kommen wir auch nicht lang. Also bloß, es ist eine Sackasse. Leute, Leute, Leute. Ich bin auch so ein kleiner Rebell, ne? Ich laufe immer so gegen den... Gegen den Trend. Ähm. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, Essen kaufen bringt nichts. Das, äh... Gibt so wenig Energie zurück. Da würde ich jetzt mal von absehen. So, war hier das Rathaus. Playcon. Kiwi. Ne, und wir sollten uns vielleicht dann... ...doch mal umziehen. Können wir das unterwegs? ...Mitten auf der Straße stehend. Brille. Kopfhörer, Brille, Piercings. Maske. Ich bin so viel hübscher. Gut. Ach, krass. Echt, da können wir ein neuer Look-Ding machen. Na ja, gut. Ist, ist, äh, realistisch, ne? Also, keine Ahnung. Kennt man ja. Ich muss uns mal sagen, ähm... Was ist hier? Playcon. Center. Naja, da ist ja noch nicht so weit, ne? Ich bin auch irgendwie so ein bisschen fokussiert darauf, die ganze Zeit hier meinen zu müssen, dass ich, ähm... Let's Plays aufnehmen muss. Aber das ist ja hier nicht der Let's Play, äh, Dings, äh, Gerät. So. Ist hier das Rathaus? Athenas, U-Bahn. Ne, wo ist denn das Rathaus? Ähm, gucken wir mal bei Sammlung. Da können wir das doch vielleicht rausfinden. Orte. Strand. Abtauen. Okay, die Orte sammeln wir nur ein. Wenn wir da schon waren. Der Nähe Rathaus. Es kann auch sein, dass das Rathaus nicht, ähm, eingezeichnet ist. Das hier könnte das Rathaus sein, ne? Okay. Galaxy Disco. Wir sollten sowieso mal hier die ganzen Orte so erkunden. Ich glaube, die Texte... Abtauen. In der Nähe des Rathauses. Ach, was es hier alles gibt? Ach, das ist ja witzig. Aber hier gibt's keinen so ne... So ne Spot. Das hier ist wahrscheinlich, wenn's mal um moderne Kunst geht oder so. Sehr moderne Kunst. Ihr seht, wer das ist. Oh. Entschuldigung, falsche Seite. Passiert schon mal. So. Aber wir sind am Rathaus. In der Nähe des Rathauses wurde... Wurden die gesehen? Theater. Das ist aber jetzt schon nicht mehr so wirklich in der Nähe des Rathauses, oder? Aber ich weiß nicht. Dieses Let's Play besteht im Wesentlichen wirklich daraus, dass ich euch zeige, wie ich hier in der Gegend rumlaufe. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das... Der Weisheit letzter Schloss... Sind die das hier weg? Dann weiß ich nicht. Was wäre denn hier noch in den Trends? Top 10 AFK. In der Nähe des Rathauses. Und das hier wäre nur Abtauen. Und hier? Auch. Oh, ist aber schön, ne? Es ist schon irgendwie nice, aber... Es ist auch irgendwie... Ich meine, letztlich laufe ich hier in dem Spiel rum, suche nach... ...Punkten, die... Ähm... Ja, die hier mir angezeigt werden, und... Das... ...ist es dann. Im Moment, ne? Weil wir irgendwie noch nicht so richtig wissen... Abtauen und Theater ist es auch nicht. Und die einzigen Typen mit Aufladepunkten, die in der Nähe sind, sind die... ...hier vorne sind. Ich gucke nochmal im Rathaus, aber... Willkommen im Rathaus. Was möchtest du tun? Okay, wir können was machen. Fahrerlaubnis für einen Motorroller. Oh! Also cool. Hier gibt es ja total viele Sachen, die wir noch machen können. Musst ihr ja gar nicht. Bist du Abten? Aaron! Willst du ein Autogramm? Bist du berühmt? Ich bin Aaron Black, Ninja Gamer, König von YouTube... ...und E-Sports Nummer 1. Du kennst mich, oder? Äh... Ne. Nun. Finde ich damit ab, Kleiner. Ein netter Typ. Also vermutlich hätte ich den kennen sollen. Ah, Mist. Hätte ich den angegraben, dann hätte ich ja irgendwie ausgesorgt, ne? Ich finde, das sollte mein Lebensziel sein. So. Also hier können wir nicht... Hier auch nicht. Huch. Hier auch nicht. Nur zwei Leute dürfen mir so nahe kommen. Meine Freundin Tina und DJ Fox. Und es tut mir leid, dir das zu sagen, aber du hast keinen spitzen Ohren oder gepunktete Kleider. Ich will aber auch so berühmt sein wie du. Du bist so toll. Wenn du einen Manager hast, geh zu den Events, die dir empfohlen werden, und nimm alle Aufträge an, die er für dich organisiert. Es ist am Anfang nie einfach. Aber wer dran bleibt, hat meist Erfolg. Nice. Ja, so stelle ich mir... ...sehr große YouTuber im direkten Gespräch vor. Aber ich kenne ja auch sehr große YouTuber im direkten Gespräch. Also alles gut. So, was haben wir verdient? 26 Münzen. Das reicht noch nicht ganz. Wer ist denn... Achso, es ist schon dunkel. Oh nein. Wieso kann die im Dunkeln nicht aufnehmen? Was ist denn mit der? Wir haben heute wieder gar nichts gemacht, außer rumlaufen und irgendwie... ...versuch Trends hinterher zu laufen, die wir doch nicht erfüllen können. Geschlossen. Du brauchst einen Führerschein. Damit werden wir natürlich schneller. Ich habe auf Insta-Live gesehen, dass die Boxerin Feuerschlange möglicherweise in den Ring zu rumkommen wird. Die Frau geht voll ab. Okay. Alles klar. Was ist jetzt los? Achso. Dann machen wir noch ein kleines Hype-Insta und fertig. Achso, die kann auch kein Insta machen. Ui, da. Also das heißt, wir könnten theoretisch dann in dem Elektro... Wie oft soll die Meldung jetzt noch kommen? Wir könnten dann also theoretisch in dem Elektronikladen... Ich habe... Da sieht man jetzt, wie oft ich die gedrückt habe vor lauter verzweifelten Fingern. Wir könnten dann wahrscheinlich im Elektronikladen zur Erweiterung kaufen, ne? So, und dann vielleicht mal morgen probieren. Obwohl, erstmal müssen wir unser Geld ein bisschen ansparen noch. Wir müssen also nochmal ein, zwei Videos machen. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück mit den Trends. Das ist ja auch das Schöne, ne? Sobald wir die Stadt ein bisschen besser kennen, ähm... Haben wir auch mehr Erfolg. Und ii! So. Dann schauen wir mal. 26 Münzen. Keine neuen Abos. 153. 5.13 Aufrufe. Okay. Ja. Liebe Leute, das wird ein bisschen konfus mir langsam. Wir schauen mal, was es morgen so zu erledigen gibt. Und dann hoffe ich, dass wir uns, du und ich, uns in alter Frische dann wiedersehen. Und ja, mal schauen, was die Aufgaben dann so bringen. Wenn du es selber haben willst, linken in der Videobeschreibung, unterstützen meinen Kanal sehr mit. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.